Wir haben Sonntagmorgen, 9.02 Uhr, wir starten, wir haben schönes Wetter, Gregor ist noch nicht connected, Navi muss sich noch finden. Auf geht's! Jetzt überqueren wir die La Moselle. Und jetzt gleich fahren wir rechts von der Mosel ab, ins Landesinnere. Schauen wir mal. Auf dem Weg nach Wetter, mitten in Frankreich. Die D12 Richtung Badun, wir haben schon 24 Kilometer hinter uns und haben jetzt noch 43 Kilometer. Hoffentlich geht's gleich wieder auf den Radweg. So, wir sind auf der Landstraße. Bye, bye, my love, go to bye. Wir haben Glück, wir haben Rückenwind. Wir laufen mit den Moselkern. 35 Kilometer. Glattes Land. Hier ist ja nichts. Hallo, wir stehen jetzt hier 18 Kilometer vor Badun. Hier ist ja noch ein bisschen. Tina musste sich ein bisschen frisch machen. Und dann kriege ich auch noch hoch. Und jetzt geht's da rauf in die Berge. Da hoch. Aber dann haben wir es gleich geschafft. Und da kommt die Tina. Aktuelle Höhe. 350 Meter. 50 Höhenmeter brauchen wir noch. Noch 50 Höhenmeter. Zieh dran! Gleich sind wir oben. Noch 17 Kilometer, bis wir da sind. Man kann's lesen. In Badun. Und... Wir sind angekommen. In Badun. Da geht's jetzt gleich zu. In Badun. In Badun. Da geht's jetzt gleich zu.